Nach 19 Monaten Abstinenz, ich durfte 19 Monate nicht auf die Bühne, ist es endlich soweit. Meine aktuelle Tour, meine Jubiläumsshow kann beginnen. Männer sind Schweine, Frauen aber auch. 2.0 geht endlich auf Tour. Ich habe euch gefragt, welche Schuhe soll ich zum Jubiläum spielen? Ihr hattet die Auswahl von allen Shows und habt euch für die allererste Show entschieden. Männer sind Schweine, Frauen aber auch. 20 Jahre her und jetzt habe ich sie ein bisschen gepimpt und damit gehe ich jetzt auf Tour. 19. Oktober geht es los und dann reisen wir durch ganz Deutschland. 20 Termine und ihr könnt dabei sein. Sichert ihr jetzt seine Karten, 80% sind bereits ausverkauft. Es ist der Hammer. Also Männer sind Schweine, Frauen aber auch. 2.0. Ich freue mich. Geil.